Ich habe hier ein Rechteck ABCD, das ich in der Größe und Lage beliebig verändern kann. Dazu die Diagonale und hier eine Senkrechte zur Grundseite AB, die ich auch beliebig verschieben kann. Und ich behaupte jetzt, dass diese beiden blauen Rechtecke, die so entstehen, immer flächengleich sind. Willkommen zu einer neuen Ausgabe Mathematische Probleme und wie man an sie herangehen kann. Dies ist die heutige Aufgabe. In dieser Abbildung sind ABCD, HBIE und GEFD Rechtecke, wobei E auf dieser Diagonalen AC liegt. Zu zeigen ist, dass die beiden blau markierten Rechtecke flächengleich sind. Wer es selber ausprobieren möchte, pausiert jetzt bitte das Video und schaut erst danach weiter. So, was kann man machen? Wenn man Flächengleichheit zeigen möchte, schaut man in der Regel erst mal nach Flächen, bei denen man relativ einfach zeigen kann, dass sie gleich sind. Und das sind oft konkurrente Dreiecke. Also wir betrachten das Dreieck ABC, sowie das Dreieck ACD. Ich behaupte jetzt, dass die beiden konkurrent sind. Das kann man hier sehr leicht zeigen, mit Hilfe der Konkurrentsätze SSS oder SWS zum Beispiel. Also hier AB und DC sind gegenüberliegende Seiten des Rechtecks. Genauso BC und AD sind also hier paarweise gleich groß. Und die Seite AC haben beide Dreiecke sogar gemeinsam. Entsprechend könnte man argumentieren, dass diese beiden Seiten und diese beiden Seiten, sowie der jeweils eingeschlossene Winkel, 90 Grad im Rechteck, gleich groß sind. Und dann hätten wir die Konkurrenz mit Hilfe von SWS gezeigt. Ich finde aber noch weitere Dreiecke, die konkurrent sind. Nämlich das Dreieck AHE und AEG. Geht wieder mit denselben Konkurrentsätzen. Sowie EIC und ECF. Auch die sind konkurrent zueinander. Und jetzt arbeitet man mit dem Zerlegungs- bzw. Ergänzungsprinzip, was häufig genutzt wird in der Geometrie. Die beiden großen Dreiecke ABC und ACD sind konkurrent zueinander. Das bedeutet vor allem, dass sie denselben Flächeninhalt besitzen. Und darum geht es uns hier ja. Also ich habe jetzt hier nochmal farbig dargestellt. Das dunkelblaue und das hellblaue Dreieck besitzen denselben Flächeninhalt. Davon ziehe ich jetzt die kleineren Dreiecke ab. Nämlich zuerst AHE und AEG. Und danach EIC und ECF. Habe also von zwei Flächen, gleichen Dreiecken, jeweils auch gleich große Flächen abgezogen. Und damit ergibt sich zwangsläufig, dass diese beiden Flächen, die noch übrig bleiben, nämlich das Rechteck HBIE sowie das Rechteck GEFD, auch denselben Flächeninhalt besitzen müssen. Unabhängig davon, wo dieser Teilungspunkt E auf der Diagonalen liegt. Schauen wir noch einmal zurück. Wir haben hier, was typisch ist für geometrische Aufgaben, gerade wenn es um Flächen geht, zerlegt bzw. ergänzt. Also hier ganz konkret zwei gleich große Flächen betrachtet und da jeweils gleich große Flächen abgezogen. Und um zu zeigen, dass hier Flächen gleich groß sind, haben wir die Konkurrenzsetzer genutzt.